so der schwarze satan spielt mit und hat der name der geht gar nicht und der apple kopf auch und mc wasabi alter zwei clans w s b i da oben genau und und die vor vor ort und die pitches b losen auch dabei scheiße das wird lustig alle wieder gehen da sind sie wieder ja die haben auch echt guten namen der apple und warum nennen sich die zwei leute dessen klaren sacken ob klar sei er doch nicht nett und auch bitte es weiter die haben 5000 seht die alter wie lang spielen schon in letzter in letzter spiel hatten 5600 punkte was schlägt das sind wieder so einer wie gestern mit den 54 Prozent Prozent hallo Black Ops und ich bin es der franzel jetzt abschluss bestätigt so los geht's alle feinde ausschalten sie dürfen nicht wissen dass wir existieren heute kommt auf die bauke wir machen bums voller rabe ist morgen früh vielen dank meine damen und herren dass wir heute wieder eingeschaltet haben wir spielen heute wieder ein bisschen kriegssimulation hier bei profit auf dem channel mit dem herr dreamtags feed dreamtags entschuldigung bums was 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 hast du gerade gesagt bums voller rabe bums voller rabe das ist so geil alter ja musst du immer an karneval singen heute hau mal auf die pauke scheiße lass rammeln ne lass mal steh da nicht so drauf sorry was was bist du deine gefühle verletzt aber komm schon ich hab sonst niemand whoever alone bro ja ich weiß kennst du jemand der mit äh ich mit ner frau schreibt weißt du und sie bro nennt ja ganz viele ernsthaft ja das wäre für als frau wäre das für mich eine beleidigung ja ne ist einfach so dein pro weißt du ist einfach so dein kumpel ja aber dann äh sagt man irgendwie sister oder so das finde ich besser als bro ne bro finde ich nur unter jungs gut bro ist nichts männliches nett ne bro ist einfach bro was haben mir dann meine alten freunde beigebracht das geht gar nicht ich muss wieder in die schule scheiß auf arbeit granate wo kam die hier wo kam die hier ah von links kommt der sack ah man 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 ah da bist du jetzt bin ich tot wo ist er wo ist er da ist er nein der abelkopf hoch verbindung unterbrochen scheiße bist noch da äh ja scheiße ja hoch kleinen moment ich habe gerade ein paar verbindungsprobleme alter jetzt bin ich ganz draußen ich muss mal gerade äh moment wir warten einfach mal vielleicht kommt die verbindung wieder also drinnen bin ich das sehe ich an meinem äh wo der internetanschluss rankommt blinkelt also drinnen bin ich hallo ja hallo was war los keine ahnung ich bin komplett raus ich bin wieder im titelbildschirm oh ja verkackt würde ich sagen dein internet war weg so sitzungsbeitritt und da bin ich auch wieder ja der bro ist online während du weg warst habe ich sogar mal ein paar getötet auch nö da gammelt so ein scheiß lotster rum nein der ist ja gar nicht von uns scheiße direkt ins haus alter ja er ist weg nein warum habe ich nicht das messer genommen ich bin so ein pädophiler man kennst du das du willst du weißt was du machen musst machst es aber nicht ja das kenne ich ziemlich gut was vitaleinheit welche feindlich oder nicht keine ahnung wenn sie gerade da ist doch ja feindlich schlecht habe es gerade ausprobiert nein da gehe ich jetzt nicht raus doch schnell die marke nehmen und dann na scheiß wurde getötet ist er weg nein ah man ah ok schade hab gedacht ich habe ihn noch mitgenommen ein assist wenigstens jetzt hauen wir aber auf die pauke abschuss bestätigt oh da waren high heels habe ich gerade gesehen sehr schöne damenschuh übrigens oder findest nicht doch auf jeden fall komm fast jede frau sieht in high heels definitiv besser aus tja aber sie muss auch drauf laufen können das ist der nachteil ja wenn nicht dann die krippel auf ist wenn sie nicht drauf laufen kann dann tut mir leid liebe dan übt es oder zieht keine ahnung oder nicht so hohe ja ah man ey wo kann die ah da steht der sack in der ecke mit dir mit so diamanten oder was ah nerv los ruf da ich such dich du suchst mich oh ich bin tot ich auch er hat mich gefunden kannst du dich noch an die schönen alten kinderlieder erinnern teilweise ach ja ach ne nicht schon wieder so macht das spielen keinen Spaß dieser scheiß loadstar alter aber der ist hammer trotzdem chill ich jetzt einfach im Haus ja seh ich gegner bleib hier ich kann nicht aus Dach was oh man hee loadstar wie hat der mich denn wow kann der nicht mal selber sparen alter hier sind sie zu 6 drinnen in einem Raum Achtung feindlicher Orbital Satellit ist online sieht man den Satellit? ne ne schade ach kam der von dir nein 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 letztens letztens was heißt letztens äh vorletztes Match was wir gemacht haben da ist der Satellit übrigens grad explodiert ich wurde grad von irgendwas getötet ach irgendein scheiß am Boden geil VTOL Einheit was zippt der Homo ähm da war was hab ich da gesehen der DreamTax hat ne Hellstorm gezündet und ich hab die runter kommen sehen das sieht so geil aus Leute das müsst ihr dringend mal machen sucht euch sucht euch ein ruhiges Plätzchen und beobachtet mal wo so ne Hellstorm wie so ne Hellstorm runter kommt das sieht so geil aus fuck warte mal wer genau hinter dir war der Hobo nein du ne ich hab da unten nur eben Sepp der Hobo gelesen wer nennt sich auch so bitte bitte damit sagen hey ich spiel COD und ich bin Hobo sexuell yeah und ich heiß Sepp he 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 nein deine dreckige Mutter hat zu viel gegessen so jetzt mal bitte nichts am Himmel oder werden wir gleich wieder weg gehen ha meiner oh oh schnell noch die Marke nehmen super hab ich gut gemacht oh nicht schon wieder ein Blitzschlag Achtung feindlicher Blitzschlag steht bevor are you alive? Spost Hallo? Solarenergie oh cool ich hab grad nen Doppelabschluss das müsste ich mal jemand ey das der Name gell der wär so scheiße da müsste ich echt mal Samenbuster nennen ich hab überlegt ich nehm meinen Hund spiel Ego und dann kann ich einfach sagen Ego komm her haha Beifuß Ego ja mein Ego sehr groß geworden was? ey der hat meine Marke weg gelacht der Sack Geh dir Apple-Produkte kaufen Also ich muss sagen, das war eine recht gute Runde 7 zu 28, 23 zu 17 Alter, was geht denn bei dem ab? Ach scheiße, ich war der letzte Abschuss hier Abschluss bestätigt Alter, das war Pro-Gaming, was wollt ihr? Jo Fuck Geh mal, Overflow So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ihr kennt das Spiel ja immer Ein Spiel halt Ne, und so So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype Bin ich auch erreichbar Schreib mir PNs oder sowas, was zu gut findest, was nicht Liken, Abonnieren, irgendwas Und wir sehen uns dann im nächsten Video Freut mich, wenn du wieder dabei wärst Das war es gonna coole, was ich bis zu mal auf dich Vielen Dank.